Mein Name ist Monika Ruecker, ich komme aus dem schönen Engelberg, das ist im Kanton Oberalden. Ich darf den Kanton Oberalden als einzige und auch erste Frau im Währung politisieren als nationaler Änderung. Ich bin mit grosser Überzeugung für die Begrenzungsinitiative, weil ich einfach sehe, wie unser Kulturland verloren geht, wie viel uns immer mehr zu betoniert wird und wie wir auch den Erholungsräumen unseren Leuten bieten können. Deshalb mit grosser Überzeugung Ja zur Begrenzungsinitiative. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.